Ich bin Hippokrates, ja, der Begründer der Hysterie. Sag mir nicht, dass ich mit dir abreden soll! Das ist halt das System, da kannst du als Einzelner auch nichts dran ändern. Schweinsilber, Blasen ist Gold. Freud hat gesagt, der klitorale Orgasmus sei unreif. Frauen sollten sich an penetrierenden, heterosexuellen, vaginalen Geschlechtsverkehr halten. Herzlich Willkommen bei Tinderella. Nein, abbrechen, abbrechen! Ich krieg das einfach nicht hin mit dem Freud'schen Orgasmus. Eat this pussy heart. Muschi, Schneckele, Orchidee, Artischocke. Horkos! Ich bin Sibylle, ich bin keine Zimmerpflanze, ich will komplizierten Sex und der soll sich ausnahmsweise mal um mich drehen. Tschüss! Musik 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 La 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 la